So Freunde, heute mal das nächste Portfolio bewährten Video. Das letzte kam ja relativ gut bei euch an und ich würde sagen, wir gucken uns heute direkt mal das nächste Portfolio an. Wir haben jetzt diesmal ein Bitpanda Portfolio. Das heißt, der Gute ist hier auf jeden Fall bei Bitpanda. Unter anderem ist es natürlich nicht sein einziges Portfolio, hat er mir geschrieben. Ja, das ist einer seiner, ich glaube drei Portfolioen hat er. Ich glaube er ist auch bei Binance, wo er genau ist, hat er mir nicht gesagt. Aber ich denke es mal. Und ganz wichtig, wir werden hier jetzt nur die erste Seite ein bisschen genauer angucken. Und es gibt dann noch ein paar andere Coins hier, aber allerdings hat er da nur so 1, 2 Euro. Und die werde ich dann ganz kurz überfliegen. Und ja, ganz kurz was zu sagen, was ich dazu meine, zu manchen und welche nicht. Weil ich denke, das lohnt sich nicht, weil es wo er nur 1, 2 Euro investiert hat, für mich drüber gucken. Er wollte halt diese Coins, hat er gesagt, wo er 1, 2 Euro nur investiert hat, einfach mal nehmen und gucken, wie sie sich entwickeln. Wir gucken uns jetzt mal erstmal diese erste Seite an und dann würde ich sagen, legen wir direkt mit dem ersten Token. Und zwar Casper. Immer als erstes hier Casper. Da hat er auf jeden Fall 2.400 Casper. Das sind ungefähr 80 Euro. Und was kann ich zu Casper sagen? Also ich finde Casper ist ein sehr, sehr cooles Projekt. Es ist auch so ein bisschen ausgelegt an größere Firmen, aber nicht nur natürlich. Sie wollen unter anderem auch das Trilemma Problem behandeln oder lösen, besser gesagt. Und ja, ich finde Casper sehr, sehr spannend. Also Casper ist ein gutes Projekt. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Token. Und zwar der Best Token. Wenn man auf Bitpanda ist, ist das denke ich ein, ja, fast schon Muss oder ein Muss sogar, den Best Token zu halten. Man hat mittlerweile so viele Vorteile, wenn man den Best Token hält. Und deswegen ist es einfach nur logisch dann, den Best Token zu halten, wenn man auf Bitpanda viel oder generell auf Bitpanda unterwegs ist. Also deswegen, der zweite Token auch vollkommen zu recht. Da kann man auf jeden Fall gerne auch noch mehr kaufen. Dann haben wir hier als drittes einen Spotlight Token. Den LF0 Token. Ja, LF0 finde ich okay. Viele finden den ja übel gut. Ich finde den nur so okay, LF0, aber ist wie gesagt auch nur so ein Spotlight Token. Das hat er sich hier mitgenommen. Und dafür, dass man den dann kostenlos bekommen hat, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier Algorand. Auch so ein bisschen wie LF0. Finde ich ein bisschen überbewertet. Allerdings kann ich auch stehen, wenn es Leute mögen. Ist es nicht so meins. Dann machen wir direkt weiter mit Chainlink. Chainlink finde ich ganz cool. Hatte ich glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch mal auf Bitpanda investiert. Allerdings habe ich keinen Chainlink mehr. Machen wir dann jetzt mit Ajax weiter oder besser gesagt Singularity Net. Dort habe ich selber eine ungefähr genauso große Position. Vielleicht ein bisschen größer. Ich habe da jetzt nicht so viel investiert. Allerdings wollte ich auch eine AI-Kryptowährung in meinem Portfolio halten. Deswegen hier habe ich mich für Ajax entschieden. Und Ajax finde ich sehr interessant. Sie wollen quasi ein AI-Marktplatz sein für AI-Tools. Und das ist ziemlich cool. Dann kommen wir jetzt noch zu Solana. 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 Ja. Gut. Kann man von halten, was man will. Ich bin jetzt nicht der größte Solana-Fan. Auf keinen Fall. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich was gegen Solana. Dementsprechend finde ich Solana hier auf jeden Fall durchaus okay. Auf jeden Fall, dass man es hat. Und finde ich durchaus solide. Das war soweit die erste Seite. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz zwei anderen Seiten an, die er hat. Er hat hier VeChain. VeChain, ja. Ist durchaus auch ganz cool. Alchemy Pay finde ich auch cool. Was haben wir hier noch? Zum Beispiel, wo ich was sagen zu Quant. Ist, finde ich, ein bisschen zu überwertet von den Leuten. Aber, ja. Jeder hat da seine Meinung. Ja. Wie gesagt. Ja. Quant. Okay. Also von dieser Seite würde ich auf jeden Fall VeChain nachkaufen. VeChain, denke ich, ganz gut. Oder Alchemy Pay auch. Auch niedriges Market Cap. Und auf der dritten Seite haben wir noch Fetch AI. Da finde ich Ajax ein bisschen besser. Cardano finde ich auch relativ gut. XRP finde ich auch ein bisschen zu overhyped, meiner Meinung. Und ansonsten, ja. Ansonsten würde ich auf der ersten Seite auf jeden Fall Casper nachkaufen. Und Best Token. Und vielleicht Ajax. Aber Best Token und Casper auf jeden Fall nachkaufen. Wenn du irgendwie, ja. Im Moment noch einen Token nachkaufen willst. Weiß ich ja nicht. Ist, wie gesagt, nur meine Empfehlung. Musst du natürlich nicht machen. Generell auch für die zukünftigen Videos. Niemand muss irgendwas machen, was ich hier sage. Einfach nur mal ein Tipp, wie ich hier mehr, ja. Sag ich mal, investieren würde noch in welchen Coin von euch. Und, wie gesagt. Das ist nur meine Meinung. Ihr müsst das nicht natürlich machen. Ist, wie gesagt, nur meine Empfehlung. Ansonsten war es das jetzt schon wieder mit dem Portfolio Video. Wenn ihr mehr wollt, schickt mir gerne euer Portfolio. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Hab einen wundervollen Tag. Und ciao, ciao.